Willkommen zu der Zugabe und ich möchte mich nochmal bei allen Musikern total bedanken für die unendliche Geduld, für die absolute Unterwürfigkeit, Selbstlosigkeit und für diese vielen Menschen, die wahrscheinlich alle einen Helferkomplex haben, weil es war so schön mit euch zu arbeiten. Danke, danke liebe Band. Das ist meine absolute Big Band und ein riesen Applaus für die MSTMNEJRGOJJWJ, Big Band. Ich danke außerdem der Dame an der Kasse. Ich danke dem Dirk, der heute den Sound hier gemacht hat, den man nie sieht, aber der so viel tut für uns. Der Mann am Mischpult. Ich danke dem WDR, der auch da ist. Viele wussten von euch vorher gar nicht, im WDR sind nur drei Leute angestellt. Das sind die drei, die machen alles ganz alleine. Vielen Dank, lieber WDR. Und ich will außerdem noch dem Nico danken, der gerade draußen im kalten Ü-Wagen sitzt und alles aufgenommen hat. Und jetzt spiele ich ein Stück bei einem Super-Franco mehr für den Poor Richard. Und das Stück heißt Blues for Poor Richard.